so das wäre passt guck mal guck mal oh my god rennt doch ich muss den kindern mal kurz bescheid sagen wo wir sind ich gehe jetzt weg ich glaube sie hat mich gesehen oder ich bin weg alle auf eine haufe so die kiste kann ich nicht mehr gebrochen hexe mag ich tatsächlich nicht ich glaube komischerweise immer genau dahin wo ich eigentlich nicht lang laufen sollte so wie gala grad ist immer so betale chef konnte hier reingelaufen möchte mit anfassen wie nett von ihm ich mag es so für die skillchecks okay so 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 ja was hatten die hexe die ganze zeit hier gemacht da komm mal her ich habe mit ich habe gedacht hätte überall symbole platziert hat sie gar nicht gemacht an galah Aspett hier, Moisen. Okay. Ui, sehr schön. Ach, ich liebe das Spiel. Das ist so eine Hassliebe. Eine Hassliebe zwischen mir und der Bedele. Oh. Ist sie echt wegteleportiert? Was? Wird vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich dachte, das wird hier so ein easy run, aber... Wahrscheinlich nicht. Ja. Gems. Okay, sieht bisher doch noch gut aus. Ich dachte, der Egg bekommt jetzt hier diesen Pro. Passe. Aber bisher noch alles super. So, dort hinten sind noch zwei Gems, alles gut. Und das... Und das... So, ein Gen noch. Das war's dann. Du, 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 du. Na, 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 na. Also nicht. Ich werde jetzt eh hierherkommen. Sicher. Nein, Black Phoenix. Warum, Mann? Black Phoenix vermasselt alles. Er liegt eh. Er wird liegen. Ich hole sie jetzt vom Haken und... Ja, mal gucken. Er wird nicht hierherkommen. Ja, siehste, Black Phoenix, alles deine Schuld. Hättest du mal vorsichtiger sein müssen. So, Gen. Jetzt. Oh. Oh. So. Black Phoenix, mach mal Gems. Ja? Mach mal Gems, bitte für mich. Ich lenke den Killer so ein bisschen ab, ja? Boah, der Killer ist aber auch klein, ne? Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Was? Ich dachte so, komm, ganz gechillt so. Bah, bitte schon passen. Bah, bitte schon passen. Die schafft das da hinten eh nicht. Oh, doch. Ja, jetzt musst du nur noch meinen Arsch hier retten. Chat, was sagt ihr? Schafft sie es, ja oder nein, mich vom Haken zu holen? Okay. Ich bin am überlegen, ob ich versuche, hier runter zu kommen. Ich glaube, der Keller schlägt sie. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das ist ein Warnzeichen, das ist ein Warnzeichen. Genau. Genau. Los. Don't touch me. Okay, seht doch, schnell ist Heim dabei. Ich fieber auch gerade mit. Oh, Junge, der hat sich aber abgesichert, ja. Oh, und die hat sich aber abgesichert. Holy shit. Oh, und die hat sich aber abgesichert, holy shit. Und die hat sich aber gesichert. Hey, 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 hey. Geschafft. Sehr schön. Sie hat mitgedacht. Sie hat mitgedacht. Amen.